Hey, ich bin's Julie vom Filmteam der medialen Reisen nach Nordkorea. Wir haben mehrere Schüler und Lehrer interviewt zum Thema Was wissen sie über die aktuelle Situation in Nordkorea? Was wissen sie über Kim Jong Un? Und so weiter. Und diese Interviews wollen wir euch jetzt vorführen. Eine sehr interessante Situation, denke ich. Interessantes Land. Wie meinen Sie interessant? In dem Sinne, dass... Ich bin jetzt nicht gespannt im Gebiet von Nordkorea, aber ich denke, wir wissen ja nicht so super genau Bescheid, was da jetzt im Land so für die Leute, die dort wohnen, abgeht. Wir kennen ja das ganze Politikergehabe mit Kim Jong Un da und was die halt so zeigen. Aber wie jetzt die Menschen dort richtig leben, das sieht man eher weniger. Ein stark isoliertes Land, dessen Einwohner einem Leid tun können. Was meinen Sie mit Leid tun? Na ja, das ist ein Land mit einem völlig verrückten Herrscher, die Leute hungern. Gleichzeitig wird ein Atomprogramm gemacht. Das Ganze wird nur zusammengehalten durch einen extrem intensiven Geheimdienstapparat und ein riesiges Militär. Ein Land, was in zwei geteilt wurde. Nämlich in Nordkorea. Kommunistisch. Nordkorea ist... ein von einer sehr starken Hand gefülltes Land. Ehrlich gesagt würde ich mich irgendwie freuen, weil ich selbst eigentlich schon mal nach Nordkorea wollte. Also wie gesagt, ich finde das interessant. Und das ist auch auf meiner Liste der Weltreise, wo ich immer hin will. Ich glaube, ich würde es nicht machen. Ich würde mir das Geld lieber auszahlen lassen. Ich kann auch erläutern, warum. Nach dem, was jetzt passiert ist, diesem amerikanischen Studenten. Es ist ja ein Regime, bei dem man als Ausländer überhaupt keine Rechte hat. Das heißt, die können einem auch alles in die Schuhe schieben. Und da braucht man nur eine ironische Bemerkung zu machen, was ich furchtbar gerne mache. Und dann kommt einer auf die Idee und tut einem was in den Koffer und leider wird man die nächsten fünf Jahre dort verbringen. Und wenn man Pech hat, kriegt man das falsche Essen, wie dieser amerikanische Student, der dann gestorben ist. Also ich glaube einfach, dass mir auch Nordkorea nicht allzu viel zu bieten hätte. Deswegen würde ich es wahrscheinlich ablegen. Ich würde mich sehr freuen, weil ich war noch nie in Nordkorea und ich weiß nicht, wie es dort ist. Es wird sehr schön sein dort, glaube ich. Und sehr spannend und nette Menschen. Ich müsste zuerst mal länger überlegen, ob ich darauf wirklich hinfahren möchte, weil Nordkorea ist auch ein ziemlich gefährlicher Staat. Was meinen Sie mit gefährlich? Zum Beispiel gab es ja auch vor kurzem die Geschichte mit einem amerikanischen Studenten, der heißt Otto Bornbir. Der ist nach Nordkorea gefahren und hat in einem Hotel dann ein Plakat von Kim Jong-un als Mitbringer oder als Souvenir abgerissen. Nachdem wurde er über ein Jahr lang erfährt gehalten und gefoltert und ist vor kurzem in Amerika gestorben. Ich möchte nicht hinfahren. Weil? Weil Nordkorea eine Diktatur sein soll, weil man nie über Nordkorea Urlaubsreisen irgendwie hört und erfährt. Und ja, weil es mich auch nicht besonders interessieren würde. Ich würde wahrscheinlich versuchen, wenn die Tickets nicht auf meinem Namen sind, die versuchen die bei Ebay irgendwie zu verticken. Also wenn es Flugtickets sind oder was auch immer. Man kommt immer darauf an und wenn es nur auf dem eigenen Namen ist, dann würde ich wahrscheinlich ablehnen. Warum würden Sie denn ablehnen? Ja, ich habe da, man ist ja nicht so ganz weltfremden, man guckt ja so ein paar Dokumentationen. Und Nordkorea ist halt nicht so das schönste Land, um dort hinzufliegen. Also es ist relativ, ähm, es ist vom Aussehen, also natürlich wird in Dokumentationen immer leicht prätentiös, ähm, wird da berichtet und immer so ein bisschen so, ja alles total schlimm. Aber irgendwie, ähm, ist es da nicht, äh, also ich würde, äh, ist es mir auch in meiner Heimatstadt schon lieber als, es ist relativ, ähm, grau und bebaut. Da gibt es ja halt nichts Schönes. In Urlaub würde ich fliegen oder fahren oder was auch immer, äh, damit es mir gut geht und nicht in irgendeiner dummen Stadt rumzuhängen oder was auch immer. Ist, äh, auf jeden Fall ungewöhnlich in Zeiten der Globalisierung, weil ja eigentlich mittlerweile alles miteinander verbunden ist und dass es dann überhaupt noch schafft, sich so abzukapseln, ist eigentlich erstaunlich. Ähm, und ich finde halt den Gedanken krass, dass, äh, die Kinder so Technologie, sowas wie irgendwelche Handys, also das kennen die alles gar nicht. Ist das ja etwas total Neues für die jetzt? Gar nichts. Politisch sehr gefährlich, sehr schlecht. Äh, davon halte ich überhaupt nichts. Aber, äh, Nordkorea macht einen Atomtest nach dem anderen. Äh, die betragen auch nicht gerade zur Verständigung bei. Und beschweren sich, wenn die Amerikaner Manöver machen. Na, nichts halte ich davon. Ähm, aber es geht auch nicht anders. Wenn die wüssten, wie es woanders auf der Welt zugehen würde, dann könnten sie das ja nicht aushalten. Ja? Ich finde es nicht besonders gut, weil Nordkorea ist für sich im Grunde eine eigene Welt. Und das ist auch besonders politisch, wenn man jetzt über Demokratie sprechen möchte, ziemlich schwer. Und das gefährdet auch, es gibt immer auch wieder Warnungen von Atombomben oder Atombomtest. Das ist ziemlich gefährlich, weil man dann in dem Fall nicht mit Nordkorea kooperieren kann. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt nicht so genau. Uff, nicht viel. Nur, dass man viel gerne mit Raketen rummacht und sich gerne Dinge anschaut. Äh, ich weiß nicht. Also... Nicht viel offen gestanden. Eigentlich nur, dass er halt ein Despot ist, dass er... War das der, der ein General, der eingeschlafen war bei einer Sitzung, vor eine Flak hat spannen lassen? Das ist doch mal eine Strafe, die sich einprägt. Mao hat gesagt, bestrafe einen, er ziehe tausend. Ja, das macht Kim Jong-il auch. Auf seine sehr eigene Art. Dass er der Sohn und der Enkel, also dass er der Sohn des früheren Diktators war, der hieß Kim Jong-il. Und der wiederum war der Sohn vom ersten Diktator Nordkorea und der hieß Kim Il-sung. Ich kenne den Person nicht. Kim Il-sung, das weiß ich von dem. Der sieht witzig aus, also amüsantes Gesicht. Also, wenn ich den im Fernsehen sehe, ähm... Ja, aber ich weiß nicht viel über den. Er redet immer in relativ, ähm, so... Ja, der, 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 wie sagt man, so... Na... Überschwinglich redet der. Deshalb kenne ich halt nur diese, diese, diese Oberfläche halt. Ja, der, der, der kleine, kleine, fette Herrscher, der irgendwie da immer rumposaunt, wie, wie toll alles ist. Ja. Ähm, durch, äh, Unterdrückung der Meinungsfreiheit. Und, äh, auch stark durchs Militär. Und das ist ja, das ist ja alles sehr streng. Da werden die, da sind dann Zweijährige, die können schon perfekt Klavier spielen und sowas. Also, die werden da ja super streng erzogen und, äh, auch total... Militärisch immer, müssen halt stram dastehen. Durch seinen Herrscher. Ich würde sagen, durch sein eigenes Regime, durch die eigenen Machthaber und durch die Phalanx, die insgesamt gegen kommunistische Länder sich aufgestellt hat. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau. Okay. Die Staatsmacht. Die Staatsgewaltweisen. Ähm, natürlich erstmal Kim Jong-Un. Also, das ist natürlich das erste Gesicht, das einem dazu einfällt. Ansonsten Diktatur halt, Unterdrückung, das übliche. An Kim Jong-Un. Und an atomare Waffnung. Ähm, an die, an die, an die ganze Nachrichtendings hier mit dem, mit dem, mit dem Kim Jong-Un, oder wie der Typ heißt so. Oder diese ganze, weil so eine ganze, ganze Familie da, die da, äh, seit Generationen da regiert. Einfach irgendwelche Bruchstücke aus dem Internet, was man halt so hört. Also ich hab jetzt, ich guck mir jetzt nicht irgendwelche Artikel oder so an, also ich kann's auch nicht garantieren, dass mein Wissen hier korrekt ist. Ähm, es sind einfach so Dinge, die man irgendwie in den Medien mal hört, oder irgendwie, ich hab jetzt Zeitungsartikel oder so. Aus den Medien. Ähm, ich beschäftige mich nicht so richtig mit Nordkorea, aber ich würde mich dann über das Internet informieren, oder Bücher, oder ja. Im Wesentlichen würde ich sagen, aus den Medien, weniger aus den Büchern, sondern eigentlich mehr aus dem Rundfunk, Nachrichten, Zeitung. Ja, ähm, zum einen natürlich über die, ähm, über die, von denen ich auch nicht ganz so der Fan, äh, der Fan, von den, ähm, öffentlich-rechtlichen, ähm, also die ganzen Nachrichtensender, die dann irgendwie, äh, wie gesagt, die sind relativ, merkt man auch, äh, bei anderen Themen relativ prätentiös, ähm, dass man denen nicht zu 100% immer alles, äh, äh, quasi, ähm, glauben kann. Aber, äh, auch über, ähm, private, ähm, Sender, zum Beispiel, äh, Russia Today, ähm, und, äh, ja, einfach Leute, die, die privat, äh, versuchen, Nachrichten, äh, zu erstellen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020